Daniel, was liest du da? Das hier? Das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutsch lernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute beginnt endlich mein verlängertes Wochenende. Heute beginnt endlich mein verlängertes Wochenende. Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet. Die Erholung habe ich mir wirklich verdient. Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet. Die Erholung habe ich mir wirklich verdient. Eigentlich wollte ich für ein paar Tage in eine andere Stadt fahren, aber keiner meiner Freunde hatte Zeit. Eigentlich wollte ich für ein paar Tage in eine andere Stadt fahren, aber keiner meiner Freunde hatte Zeit. Deshalb bleibe ich auch zu Hause und erhole mich einfach, wobei ein Ausflug in eine andere Stadt mir auch gut tun würde. Deshalb bleibe ich auch zu Hause und erhole mich einfach, wobei ein Ausflug in eine andere Stadt mir auch gut tun würde. Ich mag es einfach raus aus dem Alltag zu kommen und neue Dinge zu sehen. Es gibt so viele deutsche Städte, die ich noch nicht gesehen habe. Frankfurt, München, Berlin, Dresden. Ich bin schon mehr in Europa gereist als in Deutschland. Es gibt so viele deutsche Städte, die ich noch nicht gesehen habe. Frankfurt, München, Berlin, Dresden. Ich bin schon mehr in Europa gereist als in Deutschland. Oh, mein Handy klingelt. Vielleicht ist es wichtig. Ich sollte rangehen. Hallo, Steve. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Was machst du so? Hallo, Steve. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Was machst du so? Hey, Sammy. Mir geht es gut. Und dir? Was machst du dieses Wochenende? Hey, Sammy. Hey, Sammy. Mir geht es gut. Und dir? Was machst du dieses Wochenende? Ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Ich bin gerade zu Hause und schaue ein bisschen fern. Hast du Lust, dieses Wochenende einen Städtetrip zu machen? Wir könnten nach Berlin oder München fahren. Das ist eine coole Idee. Lass uns das machen. In Berlin war ich schon ein paar Mal. Aber München kenne ich noch gar nicht. Die Stadt wird dir gefallen. Sie ist wirklich wunderschön. Leider ist dort alles etwas teuer. Aber es lohnt sich. Das klingt gut. Wann wollen wir fahren? Und wie kommen wir nach München? Das klingt gut. Das klingt gut. Wann wollen wir fahren? Und wie kommen wir nach München? Fliegen. An sich haben wir drei Möglichkeiten. Wir können mit dem Auto fahren, den Zug nehmen oder fliegen. Fliegen. Fliegen ist glaube ich zu anstrengend. Da können wir auch nicht zu viel Gepäck mitnehmen. Fliegen. Fliegen ist glaube ich zu anstrengend. Da können wir auch nicht zu viel Gepäck mitnehmen. Fliegen. Okay. Dann fahren wir entweder mit dem Zug oder mit meinem Auto. Was wäre deiner Meinung nach besser? Ich denke wir sollten mit dem Auto fahren. Zugtickets sind zur Zeit sehr teuer und die Züge haben sehr oft Verspätungen. Alles klar. Dann fahren wir mit dem Auto. Alles klar. Dann fahren wir mit dem Auto. Hast du eine Idee, wo wir übernachten können? Hm. Lass mich kurz überlegen. Wir können entweder in ein Hotel gehen, für ein paar Tage eine Wohnung mieten oder bei Bekannten übernachten. Kennst du jemanden in München? Hm. Lass mich kurz überlegen. Wir können entweder in ein Hotel gehen, für ein paar Tage eine Wohnung mieten oder bei Bekannten übernachten. Kennst du jemanden in München? Ich kenne leider niemanden, der in München wohnt. Aber ich habe einen Gutschein für Airbnb. Da können wir eine Wohnung mieten. Perfekt. Dann lass uns kurz einen Plan machen, was wir in München alles sehen wollen. Sehr gerne. Also meine Freunde haben gesagt, dass wir unbedingt den Olympiapark sehen sollten. Sehr gerne. Also meine Freunde haben gesagt, dass wir unbedingt den Olympiapark sehen sollten. Ja, der soll unglaublich sein. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich will unbedingt auch den englischen Garten sehen. Wusstest du, dass man dort sogar surfen kann? Was? Surfen in Deutschland? Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ich denke auch, dass es sich lohnt, zum Schloss Nymphenburg zu gehen. Das können wir machen. Der Marienplatz soll auch schön sein. Da würde ich gerne hin. Hey, du interessierst dich doch für Autos, oder? Wir können auch in das BMW Museum gehen. Das wird dir bestimmt gefallen. Super Idee. Das wird bestimmt toll. Den Odeonsplatz können wir uns noch anschauen. Ich glaube, den Rest sollten wir spontan machen. Ansonsten nehmen wir uns zu viel vor. Ja, du hast recht. Schließlich wollen wir uns entspannen und keinen Stress haben. Was müssen wir alles mitnehmen? Ich würde gleich damit anfangen, meine Tasche zu packen. Ja, du hast recht. Schließlich wollen wir uns entspannen und keinen Stress haben. Was müssen wir alles mitnehmen? Ich würde gleich damit anfangen, meine Tasche zu packen. Wenn wir in den englischen Garten gehen, müssen wir unbedingt eine Badehose mitnehmen. Dort kann man im Eisbach baden. Wie cool! Ich nehme auf jeden Fall meine Badesachen mit. Sonst noch etwas? Wie cool! Ich nehme auf jeden Fall meine Badesachen mit. Sonst noch etwas? Dieses Wochenende wird es sehr sonnig. Wir sollten Sonnencreme mitbringen. Ansonsten bekommen wir einen Sonnenbrand. Das ist eine gute Idee. Ich denke auch, dass wir uns für den ersten Tag ein paar Brötchen mitnehmen sollten. Dann können wir ein bisschen Geld sparen. Das machen wir. Ich kann uns etwas zum Essen vorbereiten. Brauchen wir sonst noch etwas? Das machen wir. Ich kann uns etwas zum Essen vorbereiten. Brauchen wir sonst noch etwas? Du hast doch so eine coole Musikbox. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Dann können wir unsere Musik hören. Die habe ich schon eingepackt. Ich glaube, das ist dann alles, oder? Ja, wir brauchen sonst nur das übliche. Also Zahnbürste, Zahnpasta und Wechselsachen. Alles klar. Dann würde ich sagen, du kommst morgen gegen 9 Uhr zu mir und wir fahren direkt los. Perfekt. Dann bis morgen, Steve. Ich freue mich schon auf das Wochenende. Ich mich auch. Bis morgen, Sammy. Ich mich auch. Bis morgen, Sammy. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website, likegermans.com, findet ihr weiteres Material zum Deutsch lernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß.